Herr, wir danken dir für die Intelligenz, die du uns gibst. Danke für deinen Geist. Öffne du unsere Intelligenz, Herr. Dein Reich sei unter uns und die Kraft der Hexerei sei zerbrochen im Namen Jesus. Amen. Mark, Kapitel 13. Markus, Kapitel 13. Wir lesen ab Vers 33. Markus, Kapitel 13. 14.32 14.32 15.32 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 15.33 15.33 15.33 16.33 15.33 Wir sprechen über die griechische Aufteilung der Nacht. Wieso haben die Griechen das aufgeteilt? Wann wird der Herr also zurückkommen? Am Abend? Am Mitternacht? Während des Harnenschreis? Oder am Morgen? Schau mal was geschrieben steht. Verset 35. Veillez donc car vous ne savez pas quand le Maître de la Maison viendra. Im 35 Vers steht zu wachten und ihr wisst nicht wann der Herr des Hauses kommt. La première Veille. Die erste Nachtwache. In dieser Passage ist die erste Nachtwache der Abend. Ihr sollt mitlesen. Die erste Nachtwache ist der Abend. Die zweite ist Mitternacht. A minuit. D'accord? Et la troisième Veille c'est? A l'heure où le Coq chante. Et la quatrième Veille? Die vierte Nachtwache. Le matin, c'est très bien. Du hast quel âge, jeune fille? Wie alt bist du? J'ai 13 ans. C'est bien. On voit que t'es pas venu pour la guérison, mais t'es venu pour le Seigneur. Man sieht, dass du für den Herrn gekommen bist. Ceux qui viennent pour la délivrance, la guérison, la parole, ne les interessent pas. Diejenigen, die für die Heilung gekommen sind, die interessiert das Wort nicht so. Wer glaubt, dass Jesus kommt und uns holt? Und wer glaubt, dass er kommt, gerade kommt und uns holt? Le Seigneur dit, veillez. Der Herr sagt, wacht nun. Alors, je voudrais, que nous comprenions. Ich möchte, dass wir was verstehen. Dass im Moment. Nous sommes à la troisième Veille. In der dritten Nachtwache sind. C'est-à-dire, nous sommes entre minuit et trois heures du matin. Wir sind ungefähr zwischen Mitternacht und drei Uhr in der Früh. Auf der Uhr Gottes. Amen. Donc, la nuit, dont il est question, ici, Und die Nacht, von der hier die Rede ist, N'a rien à voir avec la nuit physique. Hat nichts zu tun mit dieser physischen Nacht. Il est question de la nuit spirituelle. Sondern es geht um eine geistliche Nacht. Il est important, que les Chrétiens se situent Es ist wichtig, dass die Christen wissen Dans le temps de Dieu. Wann, was die Zeit Gottes ist. Es ist wichtig, dass die Christen erkennen In welcher Zeit wir gerade sind. Alléluia. Nous avons déjà dépassé Le soir. Weil wir sind schon am Abend vorbei. C'est-à-dire, de 18h à 21h. 18h bis 21h ist es nicht mehr. Nous avons dépassé La deuxième Weille. Es ist auch nicht mehr Die zweite Nachtwache. De 21h à minuit. 21h bis Mitternacht Ist es nicht mehr. Et nous sommes en pleine troisième Weille. Und wir sind jetzt In der dritten Nachtwache. Was heißt das, Ganz konkret? Warum sagt der Herr, Er kommt zwischen Mitternacht Und drei Uhr in der Früh? Ich bestehe darauf, Dass er versteht, Es geht nicht um Die natürliche Nacht. Dites-moi. Eine schwangere Frau Bevor sie gebärt Wie viele Monate Müsst ihr da vergehen? Wer sagt neun Monate? Wir sind d'accord? Ja. Und vor der Entbindung, Was passiert da? Qu'est-ce que se passe? Sie schläft nicht mehr In der Nacht. Was noch? Sie hat Wehen. Sie verliert Wasser. Wir sind d'accord? Stimmt's? Je näher die Entbindung kommt, Umso mehr leidet die Frau. Wir sind d'accord? Stimmt's? Okay. Und diese Leiden Précède la naissance. Gehen der Geburt voraus. Wir sind d'accord? Stimmt's? Was bedeutet das? Bevor Jesus kommt, Um uns zu holen, Wird die Erde Ein wirkliches Leiden erfahren. Die wirklichen Gemeinden werden mehr und mehr verfolgt. Le monde wird immer mehr Konflikte kennenlernen. Amen. Amen. En fait, tout ça, toutes ces choses-là, toutes ces souffrances représentent la nuit. Das ist alles die Nacht. D'accord? Und wir sind wirklich in der Nacht. Und wir sind wirklich in der Nacht. Diejenigen, die nicht schlafen in dieser Zeit, die machen vielleicht Astralreisen oder irgendwas anderes oder machen Zaubereien. Aber normalerweise schläft man zwischen Mitternacht und drei. Jésus veut nous faire comprendre tout simplement aber Jesus möchte, dass wir was verstehen. Qu'avant l'enlèvement de l'Église, dass vor der Eindrückung beaucoup de Chrétiens vont s'endormir. Viele Leute einschlafen werden, Christen. Et c'est ce qui se passe. Genauso ist es auch. La mort. Der Tod. Le sommeil spirituel. Der geistliche Tod. Des scandales dans les assemblées. Scandales in der Gemeinde. Mais parlons d'abord de la nuit dans le monde. Wir sprechen über die Nacht in der Welt. Regardez ce qui se passe dans le monde. Was passiert in der Welt. Regardez ce qui se passe aux Etats-Unis, in Europa, in Afrika. Was passiert in Amerika, in Europa, in Afrika. Regardez autour de vous. Vous savez qu'actuellement en France, avec les élections présidentielles, les Français sont dans l'incertitude. Vous voyez, vous avez la lumière et les ténèbres, deux extrêmes. La peste et le cholera. Alléluia. Est-ce que vous suivez un peu là? Passte auf. Regardez l'Angleterre, qui a quitté l'Europe. Beispielsweise England auch, qui a quitté l'Europe. Regardez les guerres, qu'il y a la Syrie. Guckt euch mal les guerres, qu'il y a la Syrie. Les élections aux Etats-Unis. Oder les élections aux Etats-Unis. Regardez la destruction de la souche familiale. Il n'y a plus de famille. La notion de la famille. Vous voyez ? Donc, on est dans un monde, nous sommes dans un monde, où il n'y a plus de loi. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. 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 Regardez la guerre en Syrie. Schaut mal en Syrie, comment est-ce que vous savez, que nous sommes en pleine Troisième Guerre mondiale. Wisst ihr, dass der Dritte Weltkrieg schon begonnen hat. Regardez tout ce déplacement des populations. All ces Völkerwanderungen. Les migrations. Il y a un changement des paradigmes. Un changement des politiques. Un changement de la vie sociale. Un politiquewechsel. Un Wechsel des soziales Lebens. Und die Welt est en une evolution. Regardez les conflits ethniques en Afrique. Regardez les conflits ethniques en Afrique. Regardez. Au Cameroun, par exemple, au Nigerien, au Cameroun. In Cameroun, in Nigeria, beispielsweise, Boko Haram, les terroristes. Terrorisiert Boko Haram. Au Kenia, vous avez en Éthiopie, les Chebabs, les terroristes. Und in Kenia und in Éthiopien auch Terroristen. Vous avez au Mali, l'Atmi. Und in Mali, vous avez en Syrie, vous avez l'État islamique. Der islamische Staat. Donc on sent que le monde, le monde pleure. Le monde pleure. Et ça, c'est sur le plan géopolitique. Et ça, c'est sur le plan géopolitique. Regardez au Congo, RDC. Beispielsweise, im Congo, plus de 10 millions Tote. Im Congo gab's mehr als 10 Millionen Tote. Et on continue encore à tuer. Und die machen weiter mit dem Töten. Mais la communauté internationale n'intervient pas, ne dit rien, reste, n'est-ce pas, indifférent. Und die internationale Gemeinschaft, der ist es egal, sie tue nichts dagegen. In Cameroun gab's ein 10-jähriges Mädchen, das sich selber explodieren ließ als Anschlag. Und in Venezuela sind auch Aufstände und wir haben einen, wir bereiten einen Bürgerkrieg vor, einen Bürgerkrieg. Le Terrorisme mitten in Deutschland, im Herzen Europas. Préparez-vous ici en Europe d'avoir eine guerre civile en Europe. Passt auf, weil in Europa wird es einen Bürgerkrieg geben. Bereitet euch vor. Donc sur le plan géopolitique, le monde est de plus en plus dans les ténèbres. Im geografisch-politischen Hinsicht ist diese Welt praktisch im Krieg. Et sur le plan bien sûr social und in sozialer Hinsicht vous avez vu des maladies que les gens ont suite à de la nourriture contaminée par exemple. Habt ihr gehört von Krankheiten, ansteckenden Krankheiten, Nährstoffe oder Nahrungsmittel sur le plan sanitaire in sanitärer Hinsicht. Regardez, frère, on est polluée, on est contaminée, on est empoisonée par la nourriture que nous mangeons ou consommons. Angesteckt und vergiftet durch Wasser und die ganze Nahrung, die wir zu uns nehmen. Regardez, le nombre de cas de cancer. Wir haben so viele Krebsfälle. Prostata, Prostata, Krebs, Gebärmutter, Krebs, keine Cargummes drin haben. Cancer de Saint, Cancer de Saint, Cancer de Saint, Solcher Krebs, Solcher Krebs, Gehirnschläge. Regardez, le nombre de personnes qui sont atteint de diverses maladies aujourd'hui. Wir haben so viele Leute, die durch diese Krankheiten beeinträchtigt sind. Mes amis, le monde, le monde va mal. Diese Welt, der geht schlecht. Et les nations sont mûres, les nations sont prêtes. Und die nationen sind bereit, le gouvernement mondial, l'homme impie. den Antichristen zu empfangen, diese eine Weltregierung. Es ist wirklich Mitternacht auf der Uhr Gottes. Und ich sage, es ist mehr als Mitternacht. Wir sind schon in der dritten Nachtwache. Alleluia. Der Apostel Paulus sagt, in Römer 13, Romain 13, nous lisons à partir du verset 11. Römer 13, abt-er 11. Même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les oeuvres de ténèbres et soyons revêtus les âmes de lumière. Römer 13, abt-ers 11. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass er aus dem Schlaf aufwacht, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als und viele Christen wissen es nicht. Ich glaube in diesem Saal sind auch viele Leute die nicht wissen wie spät es ist. Viele suchen noch diese physische Heilung, körperliche Heilung. Viele wollen, dass man ihnen die Hände auflegt und sie sind nicht bereit. Und viele Pastoren wissen auch nicht in welcher Zeit wir sind. Und sie können nicht die Brüder und Schwestern vorbereiten für das Reich Gottes. Paul wusste in welcher Zeit wir sind. Und er sagt es ist die Zeit dass ihr euch vorbereitet. Halleluja. Er sagt die Nacht ist weit vorgerückt. Paul möchte dass wir hier verstehen dass hier schon die erste und zweite Nacht vorbeigegangen waren. Es war nicht mehr Abend sondern Nacht und zwar weit fortgeschrittene Nacht. Wenn ich höre dass Christen so aufgeregt sind und noch dieses und jenes wollen denn die Nacht ist weit vorgerückt. Und der Tag kommt nahe. Welcher Tag? Der Tag des Herrn. Welcher Tag? dieser Tag in dem der Herr ein Ende bereiten wird dem ganzen Durcheinander. Wenn vor 2000 Jahren Paul schon gesagt hat hat dass die Nacht weit vorgerückt ist wie viel mehr dann wir hier der Herr möchte dass ich in mehrere Länder reise um das Evangelium zu verkündigen und ich versichere euch es geht uns wirklich schlecht es geht uns nicht gut was also genau passiert zwischen Mitternacht und 3 Uhr in der Früh zunächst schlafen die meisten Christen sie schlafen L'apostasie der Abfall vor ungefähr einer Woche hatte er mich genommen und in die Hölle geführt und mir unterschiedliche Gruppen von Dämonen gezeigt und die haben sich für den Krieg vorbereitet er hat mir an einem anderen Ort gezeigt Menschen wie du und ich und er hat gesagt das sind Kamikaze die werden auf die Erde geschickt werden um sich in die Luft zu sprengen es wird also viele Attentate noch geben und ich habe auch Flugzeuge dort gesehen wie wie Flugzeuge um Menschen in den Himmel zu bringen und ein Mensch den ich kannte und ein Mann den ich kenne hat sein Flugzeug verpasst weil er schlief und so bin ich aufgewacht und habe gesagt wow Herr die Nacht ein junger Pastor der hat mich getroffen ungefähr vor zwei Wochen kam ein junger Pastor zu mir er hat zwei Priesterkleider mitgebracht er hat sie getragen und er hat zwei jüdische Bücher mitgebracht von der Kabbalah und er hat mir erzählt wie er in die Kabbalah eingeführt wurde in diese jüdische Magie und er hat gesagt dass diese Bücher 15.000 Euro oder sowas kosten und dass dieser Mann mit jungen Mädchen geschlafen hat um mehr Macht zu bekommen viele europäische Pastoren machen Freimaurerei sind und viele afrikanische Pastoren werden in die jüdische Magie eingeweiht in die Kabbalah und ein anderer Pastor ist zu mir gekommen das das noch lange er sagte zu mir viele afrikanische pastoren ein ein Produit wie Viagra ein Produit für die Afrika zu nehmen irgendein Mittel ein für aller mit Und die haben praktisch mit Frauen während ihrer Menstruation geschlafen, um noch mehr Macht zu bekommen. Und getrunken dieses Blut auch. Wir sind in einer Generation, die sowas von abfällig ist und sowas von verschmutzt. Wenn ihr nicht aufpasst, und ich auch, wenn wir nicht aufpassen, dann gehen wir an der Entrückung vorbei. Weil viele Christen sind in der Ablenkung. Viele Christen lesen nicht mehr am Morgen und am Abend das Wort Gottes. Viele Leute sind in Götzendienst. Ich sehe Leute, die haben gegen Babylon gepredigt, gegen sexuelle Sünde gepredigt. Und heute haben sie alles wieder gefressen, was sie einst ausgespühen hatten. Guck mal den Papst an. Er hat vor kurzem eine Versammlung abgehalten mit allen Religionenvertretern. Manche von euch sehen euch vielleicht die afrikanischen Nachrichten an. Die katholische Kirche hat Nein zum Präsidenten. Die evangelischen Gemeinden, die evangelischen Gemeinden, die meisten Pastoren aus Kongo, alle die sind korrupt. Sie haben Geld bekommen und haben zum Präsidenten gesagt, mach weiter in deiner Macht. Jemand hat mich im Büro aufgesucht und hat mir gesagt, wie er Geld bekommen hat. Am Montagabend werde ich eine Ausstrahlung haben im Fernsehen, wo ich das sagen werde. Wollt ihr in den Himmel kommen? Sauvet euch, diese Generation. Dann rettet euch aus dieser Generation. L'heure ist grave. Die Stunde ist furchtbar. Je dis bien, l'heure ist grave. Die Zeit ist furchtbar. Der Druck, unter dem ich stehe, unter dem ich weiterhin auch stehe, damit ich nicht mehr die Sünde verkündigte, ist so groß, dass wenn Gott mich nicht unterstützen würde, würde ich aufgeben. Oh, Gott. Jesus sagt, wacht. Bei den Griechen gibt es also vier Nachtwachen. Die erste, der Abend, bis 21 Uhr. Die zweite, Anfang der Nacht, bis Mitternacht. Die dritte, Mitternacht bis 3 Uhr. Und von 3 Uhr bis 6 Uhr, die letzte Nachtwache. Und Jesus wird zwischen Mitternacht und 3 Uhr zurückkommen. Und die dritte Nachtwache wurde auch der Hahnenschrei genannt. Warum der Hahnenschrei? Was ist die Rolle, die ein Hahn hat? Der Hahn weckt die Menschen auf. Alleluia. Und Jesus sagt zu Petrus, bevor der Hahn kräht, du me regneras, 3 fois. Wirst du mich dreimal verleugnen? Er hat den Herrn zwischen Mitternacht und 3 Uhr in der Früh verleugnet. Petrus war äußerlich aufgestanden, aber geistlich war er schlafen. Er hat nämlich den Glauben verworfen. Und jetzt im Moment passiert das auch. Die Pastoren, Propheten und Apostel, Christen und christliche Sänger haben den Glauben verworfen. Sie predigen ein Evangelium, das auf den Menschen passiert. Sie predigen sich selbst. Alleluia. Wollt ihr, dass ich predige? Brüder und Schwestern, wir sind zwischen Mitternacht und 3 Uhr und viele Leute verwerfen den Glauben und verwerfen den Herrn. Erinnere dich, als du dich bekehrt hast. Du wolltest nicht blühen, aber heute lügst du ganz einfach. Erinnere dich, als du dich bekehrt hattest. Du warst voller Eifer und wo ist dein Eifer hingekommen? Erinnere dich, als du dich bekehrt hattest. Du hast das Wort Gottes gelesen alle Zeit. Wo ist dein Studium des Wortes Gottes hingekommen? Erinnere dich, als du dich bekehrt hattest. Du fastetest und du hast ihn geachtet. Und jetzt? Physisch bist du aufgestanden. Aber du bist tot. Du schläfst. Du schläfst. Deswegen um Mitternacht in Matthäus 25 sagt man uns dass jemand geschrien hat um Mitternacht. Was hat er geschrien um Mitternacht? Da ist der Präutigam. Hier ist der Minister des Miracles. Hier ist der Minister des Wunderts. Alleluia. Wir haben jemanden präsentiert. Man hat uns jemanden präsentiert. Voin le Cri. Das ist der Schrei. Seigneur. Herr. Wo bist du? Wo ist der Herr? Wo bist du Herr? Wo ist der Herr? Wo ist der Herr? Wo ist der Herr? Wo ist das Evangelium? Wo ist das Evangelium? Wo ist das Evangelium? Leute, die nach Nigeria fahren extra um so ein Weibwasser zu bekommen. Ist das das Evangelium? Viele Leute mögen das. Ich habe einmal hier in Deutschland ein Plakat von Reinhard Ponte gesehen. 500 Euro für die Bibelausbildung. Aber dieser Mann war eigentlich ein echter Berufner von Gott. Christus, großartig! Was macht es wert? Was macht es? Amen. ¿Vos vous savez l'image que j'ai? Das Bild, das ich habe, sind Christen, die weinen, Christen, die sich die Haare ausraufen und Christen, die sich sagen, warum bin ich nur geblieben? Wie war es möglich, dass ich geblieben bin? Es ist so dunkel, dass viele Leute nichts mehr sehen. Oh Herr, oh Herr. Jesus sagt zu uns, dass er wieder kommt beim Hahnenschrei, schreien, singen, muss der Hahn, das ist alles. In Europa oder in Afrika gab es früher keine Uhr. Aber die Alten sind aufgewacht, denn sie haben den Hahn gehört. Und der Hahn, der war wie eine Uhr. Und die Hähne heutzutage, die Krähen auch mittags. Es ist so untereinander. Als wir klein waren. Und wir sind rausgekommen und haben gesehen, die Sonne geht auch. Dritte Nachtwache ist die Gebetswache. Gott hat ein natürliches Aufwachen von den Tieren vorherbestimmt. Als wir klein waren, hat der Hahn einmal gekräht. Ein zweites Mal, ich bin immer noch müde, aber wenn der Hahn ein drittes Mal gekräht hat, haben wir gesagt, dieser Hahn, der merkt mich, ich muss jetzt aufstehen. Herr, ich möchte euch was sagen. Wir sind in der selben Zeit jetzt. Und es sind die Hähne, die menschlichen Hähne, Männer und Frauen, hat Gott geschickt. Sie sind wie eine Uhr eingestellt. Ihr könnt ihnen nicht verbieten, zu singen. Alleluia! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Wir müssen uns nicht distraillen, s'il vous plaît. Ihr wisst, es ist wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. La troisième Veil. Les amis, aidez-nous, s'il vous plaît. On reste dans la Présentation des Seigneurs. La troisième Veil. Die dritte Nachtwache. Voilà, ich will. Passt auf. Welche Botschaft verkünden wir? Jetzt im Moment, welche Botschaft? Was will Gott, dass wir sagen? Was möchte Gott jetzt? Was verkündigt Gott heute? Herr, rette uns. Es gibt viele Leute aus Nigeria, die bleiben werden. Sie sind so an diese großen Gebäude geheftet. Viele kongolesische Leute sind auch an die Gebäude geheftet. Viele christliche Leute in Europa sind auch an die Gebäude geheftet und sie werden bleiben. Es gibt Hähne, die schreien. Es gibt Hähne, die schreien. Diese Leute verstehen den Hähnen schreien nicht. Brüder und Schwestern. Jesus sagt, es gibt vier unterschiedliche Nachtwachen. Jesus sagt, die Nacht ist in vier Nachtwachen gegliedert. Am Abend, der Anfang der Nacht, die Nacht und der Morgen. Und er wird kommen zwischen Mitternacht und drei Uhr. Also während des Abfalls, während der Nacht. Ich sage euch. Und auf dem geopolitischen hinsicht gibt es wirklich Schwierigkeiten. Regardez. Guck mal. Vous savez, wo se trouve le contingent le plus important de l'ONU? 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 Ja, die UNU, wo die UNU was hat? Wo er plus de Casque bleu. Wo mehrere Blauhelme sind. Wo die meisten Blauhelme sind. In Kongo gibt es viele Blauhelme. Zwischen 15.000 und 20.000 Soldaten. Und im Osten des Landes. Und vous savez, combien de Morts il y a depuis 15 ans à peu près da-bas? Wie viele Tote gibt es seit 15 Jahren dort? Mehr als 12 Millionen Tote. Frauen, denen das Kind aus dem Leib gerissen wird. Männer und Frauen, die mit Stäben und Stöcken vergewaltigt werden. Kinder mit drei Monaten, die vergewaltigt werden. Wisst ihr, warum das so geschieht? Weil das ganze Land ausgeblendet werden sollte. Das ganze Materialistische, das ganze Material, mit dem Material fabrizieren sie iPhones und die ganzen Dinge und Waffen und Waffen Arianne. Wisst ihr, was in Zentralafrika vor sich geht? Es gibt tausende von Toten und viele Blauhelme sind dort. Was tun die denn dort? Gar nichts. Seht euch um, was in der Welt gerade geschieht. Die Welt ist wirklich in der Dunkelheit. Herr, rette uns. Wir sprechen. Was um euch herum geschieht, bezeugt schon, dass wir im dritten Weltkrieg sind. In der Bibel steht der dritten Weltkrieg beginnt in im Nahen Osten in Israel und das ist der Fall. In Israel mit Syrien die Russen sind hinter Syrien und die USA, die France, l'Europe und die Vereinigten Staaten Frankreich hinter den Rebellen. Diese großen, zwei großen Parteien wir sind am Ende. Brüder und Schwestern seht ihr das nicht? Öffnet die Augen. Es ist zu Ende. Jesus kommt wieder. Guckt euch mal, wie China aufsteht. Wisst ihr, wie viele Atombomben Russland hat? Präz de 9000 Ogiv neun 9000 Atomsprengköpfe. Die Russen haben eine Rakete erfunden mit einem einzigen Atomsprengkörper kann ganz Deutschland vernichtet werden. Alleluia. Der Herr ist nicht mehr weit. Was sollen wir tun? Der Herr ruft uns. Der Herr ruft jeden von uns. Der Herr möchte, dass wir uns bewusst werden. Denkt ihr, dass ihr mit eurem Geld ins Grab geht? Denkt ihr, dass ihr mit euren Häusern ins Grab geht? Welche Botschaft verkünden wir alle? Welche Botschaft verkünden wir? Gib den Zehnten und du wirst gesegnet. Gib 100 Euro und du wirst 1000 Euro bekommen. Das ist nicht die Botschaft. Jedes Mal hast du den Zehnten bezahlt. Wurdest du gesegnet? Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist folgendes. Welches Evangelium verkünden wir? Nimm Weihwasser und spreng dein Haus damit ein? Nein. Welches Evangelium? Such deinen Propheten. Such deine Gemeinde. Welches Evangelium verkünden wir? Welche Botschaft? Jesus kommt wieder. Halleluja. Amen. Jesus kommt wieder. Wow, Seigneur. Ich habe eine gute Botschaft. Der Hochzeitstisch ist schon bereit. und die Hochzeitskleider sind schon vorbereitet. und die Schuhe sind schon vorbereitet. Der Wein den wir im Himmel sind schon vorbereitet. Alles ist schon vorbereitet. Und die Engel die uns am Hochzeitsmahl servieren werden sind schon rund um den Tisch. Die Engel die kommen werden rund um den Himmel entrückt sie sind schon hier. Die letzte Trompete ist schon am Mond des Herrn. Bevor das Schofarhorn erbaut schickt die Herr Hähne die schreien Kikariki sie sagen kommt zum Herrn zurück. Brüder und Schwestern ich sage euch was es gibt Minister die der Herr berufen hat es gibt Autoritäten die zum Herrn zurückkehren die 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 Stimmt hat die berührt daher jetzt in dieser Zeit zwei Leute sind nach China auf Mission gegangen und die zeigen uns Bilder Chinesen die sich taufen lassen viele sie haben gesagt sie warten auf uns und im Oktober fahren wir nach China Brüder und Schwestern wir waren in Gabon vor einiger Zeit vier oder fünf Monate und 3000 Leute kamen jeden Abend 344 Taufungen viele Leute kommen zum Herrn zurück und Gott sagte mir eines Abends hier ist eine Frau mit Eids ich möchte sie heilen und ich sage zu dieser Frau sie ist zurückgekommen mit den Untersuchungsbefunden Brüder Eids ist verschwunden Jesus ist dasselbe gestern heute und alle Zeit wir sind ins Fernsehen gekommen und haben das Evangelium verkündet und ein junger Mann 20 jähriger Mann ein Satanist hatte viele Leute aus seiner Familie getötet und er hat mit dem Teufel selbst gesprochen er hat TV angeschaut er hat das Fernsehsendung gesehen und der Geist des Herrn hat ihn ergriffen und er ist zu Fuß bis zu unserem Programm gekommen und er hat die Hexerei aufgehört Brüder und Schwestern Gott schüttet eine besondere Salbung auf seine Kinder aus damit sie für seine Rückkehr vorbereitet sind ich freue mich schon so denn bald werden wir die Ewigkeit mit dem Herrn verbringen diese Welt ist nicht unsere Welt wir sind Himmelsbürger und die wirklichen Kinder Gottes hören die Stimme Gottes sie hören seine Stimme klingen wer möchte in den Himmel kommen wow wow seigneur wow seigneur seid ihr sicher wer ist müde von dieser Welt wer merkt dass die christlichen gemeinden auch krank wir sind in Brazzaville gewesen auf Mission die Leute haben einen Kolonel mitgebracht einen Kolonel mit Schlaganfall er konnte nicht gehen und sie haben ihn vorne hingesetzt ich habe das Evangelium gepredigt im Namen Jesu die Herrlichkeit Gottes war so unter uns dass niemand diesen Menschen berührt hat und er selbst hat sogar gesagt berührt mich nicht ich möchte selber gehen im Namen Jesu und er ist aufgestanden und hat angefangen zu gehen Jesus hat sich nicht geändert das ist das Evangelium das wir euch verkünden möchten Jesus ist real Jesus hat keine blauen Augen wie es auf den Bildern zu sehen ist er ist nicht schwarz er ist kein afrikaner er ist kein schwede er ist kein französer er ist geist er ist er ist dasselbe früher heute und in ewigkeit amen o brüder o schwestern ich sage jemanden hier dass Jesus sich nicht geändert hat ein zwölfjähriges Kind hat seiner Mutter gesagt Mama ich schaue mir im Fernsehen auf YouTube diese Botschaften an wenn du dorthin gehst Mama dann wird Gott dich besuchen die Mutter des Kindes war rechtzeitig gelähmt und eines Tages kam die Frau in die Versammlung ich kannte sie nicht und der Herr sagte mir diese Frau ruf sie nach vorne und ihr Mann ist ein großer Admiral sie kam und der Herr sagte du hast diese Nacht eine Attacke bekommen ich heile sie ist sofort geheilt worden sie hat zu ihrem Mann gesagt Liebling Jesus ist wirklich sag zu deinem Nachbarn es ist kostenlos es ist kostenlos er sagt sein Blut ist geflossen für sein blut ist verdicht geflossen er hat den Tod besiegt hallelujah frä und schwestern eine frä eine frä hat zu mir gesagt ich kann kein Kind bekommen und ich habe mir am Kopf gekratzt hast keine eierstöcke mehr nein man hat mir die eierstöcke raus genommen der her sagt zu mir es ist geregelt du wirst Kinder haben was ist passiert sie hat untersuchen gemacht und der arzt hat geschrien die zwei eierstöcke sind nachgewachsen Brüder und Schwestern sie ist schwanger geworden und hat ein Kind zur Welt gebracht und wir sind auf die Antille gefahren vor einiger Zeit eine Frau hat zu mir gesagt mein Mann hat Krebs seine Organe nichts geht mehr und Gott sagt mir es passt ich habe sie nicht angefangen weil ich wollte dass Gott sie bewirrt und sie ist gegangen und hat sich untersuchen lassen und vorgestern hat sie mir eine Botschaft geschrieben die Ärzte haben gesagt die Organe meines Meines sind wie die Organe eines Babys der klebst ist gewichen ich möchte euch hier jemand sagen komm zum Herrn zurück komm zu Jesus komm zu Jesus Brüder und Schwestern wir sind gekommen um euch zu sagen wir werden bald in den Himmel gehen es ist die große Entrückung schaut 26 Jahre bin ich nie zu einem Arzt gegangen seit 26 Jahren zu keinem Zahnarzt zu keinem Augenarzt zu keinem Herz Spezialisten zu keinem Allgemeinarzt ich habe zum Herrn gesagt du hast zu mir gesagt dass ich die Posane blasen soll und zu deinem Volk sagen du kommst zurück wir machen einen Bund du musst mir die Gesundheit geben ich möchte durch mein Leben den Menschen zeigen dass du existierst und sicher ich versichere euch Jesus ist so schön Jesus ist so stark ich habe überhaupt keine Krankenkasse ich bin Franzose ohne Krankenkasse ich möchte dass du den Herrn noch mehr lobst als früher Brüder und Schwestern ich sage zum Herrn du brauchst meinen Körper heil meinen Körper kümmere du dich um meinen Körper und ich kümmere mich um dein Werk Jesus hat sich nicht geändert er hat zu mir gesagt überhole die ich habe überhaupt keinen Schulabschluss nur einen Führerschein sonst keinen Abschluss und dann hat er gesagt überhole trotzdem die Bibel die Leute haben mehr als 500.000 Euro gebeten und ich habe zu den Leuten gesagt ihr braucht nichts mehr zahlen die Leute haben weiter gespendet ich möchte dass du zu Jesus kommst er ist so süß er ist so gut er ist so schön so glädig er ist groß er ist so tief er ist weit es geht weich er ist so lang er ist so wunderbar wunderbar er ist mächtigerweise mächtig er ist so herrlicherweise herrlich sein Name ist Jesus er ist der Apfel Omega er ist der Anfang und der Ende er ist der Lüge von Lüge er ist der Wurzel Davids er ist der helle Morgen Stern er ist der Weg der Wahrheit er ist die Wahrheit der Leben des Lebens er ist unser Leben er ist das Brot des Lebens er ist der König der König er ist der Herr der Herr der Gott der Gott der Allmessige Gott er ist der Schopper er ist Jesus 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 Acclame-le Alléluia Gott für Jesus Oh, Seigneur, Jesus, Jesus, oh, Halleluja, oh, il réveille quelqu'un ici, il réveille ta vie, in deinem Leben, il réveille ta vie de prière, oh, Jesus, oh, Halleluja, il est là, il y a quelque chose d'ici, oh, Halleluja, il est là, oh, Halleluja, oh, Halleluja, oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020